Hey Leute, heute gucken wir uns mal wieder die Web API an, beziehungsweise hier die Media Stream und Image Capture API. Ihr seht hier, ich habe quasi einen kleinen Webcam Stream, wenn ich hier mit meiner Kamera rumwacke, seht ihr das auch, dass sich hier etwas bewegt. Und wir werden in diesem Video zwei Funktionen etablieren, und zwar einmal hier einen Screenshot aufzunehmen, der hier unten direkt in einem Image dargestellt wird. Und wir werden uns das Ganze auch so vorstellen, dass wir hier auf Download drücken können und das Ganze als Bild runterladen, sofern der Nutzer es halt möchte. Prinzipiell, diese Funktionen sind nicht wirklich schwer, aber sie bieten einiges an Risikopotenzial für eure Anwendung. Deswegen müssen wir das vorher einmal kurz besprechen, aber jetzt legen wir erstmal los mit dem Video. Auf geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es darum, eine Kamera direkt im Browser zu nutzen. Wir werden also eine Webcam ansprechen und das Ganze quasi einfach als kleines Preview-Fenster anzeigen. Das Ganze ist nicht wirklich kompliziert, aber richtet sich definitiv an die fortgeschrittene Nutzer unter euch. Also ihr solltet wissen, was JavaScript ist, wie CSS und HTML zusammenwirken und definitiv schon etwas Erfahrung mitbringen. Ich gehe auf vieles ein, aber nicht auf jede Kleinigkeit. Das vorneweg. Wenn ihr Probleme zu diesem Video habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu Discord. Dort könnt ihr der Community-Joyen Fragen stellen, euch mit Gleichgesinnten austauschen oder einfach mal Hallo sagen. Ansonsten legen wir jetzt los und bauen mal ein Kamera-Preview-Fenster im Browser. Auf geht's! So wie in vielen meiner Videos gucken wir uns erstmal an, welche Technologien wir eigentlich nutzen, um das Ganze umzusetzen. Prinzipiell findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link zu dieser Seite. Das sind die Web-APIs, die es so gibt. Hier gibt es ganz, 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 ganz viele. Und wir nutzen hier eine, und zwar die MediaStream Image Capture API. Aber ihr seht hier, das Ganze ist experimental. Dazu komme ich gleich noch. Prinzipiell der Link zu dieser Theorie-Seite findet ihr unten in der Videobeschreibung, falls ihr da noch ein bisschen nachlesen wollt. Aber wir müssen uns jetzt die ganze Kompatibilität und die eventuellen Risikos für euer Projekt mal ein bisschen genauer angucken. So, ich habe hier schon mal Can I Use geöffnet. Der Link dazu ist auch unten in der Videobeschreibung. Prinzipiell sehen wir hier aber schon ziemlich deutlich, dass noch eine ganze Menge rot ist. Und das Problem ist hier, dass vor allem wichtige Browser rot sind. Also Safari for iOS ist komplett rot. Das ist ein Riesenproblem, weil Safari wird auf iOS-Devices definitiv viel genutzt und ist ein Browser, den man definitiv unterstützen muss. Dasselbe gilt aber auch für Firefox und Safari für Desktop-Geräte. Ihr seht hier, das ist komplett rot. Safari hat hier zwar schon eine Technologie-Preview, aber es ist noch weit davon entfernt, wirklich nutzbar zu sein. Und daraus können wir ziehen, dass dieses Feature einige Risikos in sich hat. Also man kann nicht einfach dieses Feature nutzen in seinem Projekt, nur weil man selbst Chrome nutzt oder so etwas. Aber wir können darauf Rückschlüsse ziehen, wie wir dieses Feature einsetzen können. Und dazu kommen wir jetzt. So, wie gerade schon erwähnt, müssen wir uns einmal die Risiken und die Lösungen dafür angucken, wenn ihr dieses Feature nutzen möchtet. Prinzipiell gibt es, wie gesagt, drei große Risiken. Das erste, wohl wichtigste Risiko, ist hier die Kompatibilität der Web-API mit viel genutzten Browsern wie Safari oder Firefox. Hier müssen wir uns definitiv eine Lösung überlegen, weil diese Browser muss man in irgendeiner Form unterstützen. Aber das ist gar nicht so weiter tragisch. Der zweite Punkt ist Blockierung der Webcam durch Antivirenprogramme oder Konzernrichtlinien oder so etwas. Es kann sehr häufig vorkommen, dass ein Nutzer das so eingestellt hat, dass ein Browser oder überhaupt Webseiten nicht wirklich auf die Webcam oder die Mikrofone des Systems zugreifen können. Das können Unternehmensrichtlinien sein, aber das können auch einfach Nutzer sein, die ein bisschen skeptisch sind. Und generell ist es auch keine schlechte Idee, so etwas komplett zu verbieten, weil Hacking halt wirklich ein Thema ist. Prinzipiell müssen wir aber hier darauf achten, dass man auch ein weiteres Feature nicht oder ein weiteres Risiko nicht vergisst. Und zwar die Ablehnung des Nutzers, wenn die Webseite darüber fragt, hey, ich möchte jetzt gerne deine Webcam benutzen. Der Nutzer kennt die Webseite nicht, eventuell das Tool nicht. Er hat keinen Kontext, in der diese Webcam genutzt werden soll. Deswegen sollte man hier sehr, sehr vorsichtig sein, ab wann man dieses Pop-up aufzeigen lässt, hey, ich möchte jetzt deine Webcam nutzen. Also der Nutzer sollte wissen, auf was er sich einlässt, weil sonst verlässt man direkt die Webseite. Also wenn ich auf einen Blog gehe und der Blog fragt mich direkt, ob er meine Webcam nutzen kann, dann würde ich diesen Blog aber direkt wieder verlassen. Die Lösungen für diese Probleme sind eigentlich gar nicht so schwer. Der erste Punkt ist vor allem für die Kompatibilität. Man sollte aktuell einfach nur Nice-to-have-Features abbilden. Also wenn der Kern eurer Funktion, eurer Software darauf absieht, die Webcam nutzen zu können, dann solltet ihr überlegen, ein anderes Tool zu nutzen. Also beispielsweise direkt eine App zu bauen oder eine wirkliche Windows-Anwendung, die dann die Berechtigungen auch dementsprechend erhalten kann. Prinzipiell, wenn ihr Nice-to-have-Funktionen einbaut, wie zum Beispiel das Hochladen eines Profilbildes, darauf kann die Anwendung verzichten, ohne den wirklichen Funktionsumfang zu verhindern. Wenn ihr natürlich eine Plattform baut wie Teams, dann muss man damit anders umgehen, weil dann braucht man einfach diese Berechtigungen. Aber dann ist auch von Anfang an der Kontext geschaffen. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Man sollte ausführliche Fallbacks und Nutzer-Feedback geben. Wozu braucht ihr die Webcam? Wie braucht ihr die Webcam? Und wenn es nicht funktioniert, dem Nutzer Hinweise geben, warum es nicht funktioniert. Das ist nämlich auch der nächste Punkt. Erst Rechte abfragen, wenn der Kontext geschaffen ist. Also wenn ihr beispielsweise einen Button habt, mit deiner Webcam ein Profilbild aufnehmen und ich klicke da drauf und der Browser fragt mich nach der Webcam, dann ist Kontext geschaffen. Dann weiß ich, warum er jetzt auf meine Webcam zugreifen möchte. Wenn ich aber direkt auf die Startseite eines Online-Shops gehe und der fragt mich, hey, ich möchte gerne deine Webcam nutzen, ist das einfach ein bisschen suspicisisch. Und da muss man einfach gucken, dass das nicht der Fall ist. So, und los geht's mit unserem YouTube-Tutorial. Ihr seht hier in der Seite Visual Studio Code mit meinem Standard-Seam und meiner Standard-Entwicklungsumgebung. Wie immer findet ihr die unten in der Videobeschreibung natürlich verlinkt, genau wie eine Live-Demo zu dem ganzen Code, den wir heute bauen. Prinzipiell seht ihr hier in der Seite einfach Chrome. Und wir haben hier einmal ein Bild, nämlich Demo-PNG. Das ist aktuell einfach ein leeres PNG, also ein transparentes PNG, mehr nicht. Warum wir das brauchen, zeige ich euch später. Dann haben wir eine leere MainJS, wo wir unseren ganzen JavaScript-Code schreiben werden. Eine fast leere Style-SCSS mit natürlichem kleinen Preset, wo ich einfach mein Standard-Farbschema und alles schon mal hinterlegt habe. Und das alles halt zentriert ist, aber mehr auch nicht wirklich. Ansonsten haben wir hier eine Index-HTML, die ist fast leer. Hier ist nun mein Standard-Boiler-Play drin. Alles Wichtige für dieses Tutorial findet ihr hier zwischen. Und das ist, wie gesagt, auch unten in der Videobeschreibung als Live-Demo bereitgestellt. Aber jetzt genug hiervon und legen wir mal los mit HTML. So, und das geht's mit unserem kleinen HTML-Part. Und als erstes brauchen wir hier eine Div-Box mit einer Klasse, und zwar Buttons. Hier drin brauchen wir jetzt einen Button. Dieser Button braucht natürlich in irgendeiner Form ein Label von uns. Das nennen wir einfach Screenshot. Und wir brauchen auch eine ID. Die ID des Buttons sage ich jetzt einfach, heißt Button Screenshot. Und wir brauchen das Ganze zweimal. Also wir brauchen insgesamt zwei Buttons, nämlich auch nochmal einen Button Download mit dem Label Download. Über diese beiden Button werden wir später unsere Funktionen triggern. Daher müssen wir die eindeutig identifizierbar machen. Das nächste, was wir brauchen, ist in irgendeiner Form unser Preview-Fenster. Hierzu brauchen wir ein HTML-Video-Tag. Wir brauchen hier kein Source-Attribut, aber wir brauchen hier ein anderes Attribut, nämlich Autoplay. Das sollte ich natürlich auch richtig schreiben können. Und wir setzen das auf True. Außerdem brauchen wir auch bei unserem Video-Tag eine ID, weil wir später unser Source-Attribut unseres Video-Tags mit JavaScript setzen müssen. Deswegen sage ich, unser Video-Tag hat die ID Video Preview. Außerdem brauchen wir noch ein Bild. Wenn ich hier sage Image, erstellen wir ein Bild. Und ich kann jetzt hier sagen, wir wollen natürlich eine Source. In unserem Fall Assets, hier Images und Demo PNG. Dabei handelt es sich, wie gesagt, um ein komplett leeres, transparentes PNG, was nur verhindert, dass dieses Bild falsch angezeigt wird. Ihr könnt aber in diesem Bild beispielsweise auch in weiß und mit einem transparenten Hintergrund ein Fallback-Bild machen, falls zum Beispiel die API nicht verfügbar ist. Außerdem sagen wir jetzt, okay, das Ganze heißt Screenshot. Und auch unser Bild braucht eine ID, weil wir auch hier das Source-Attribut später mit JavaScript modifizieren müssen. Das speichere ich jetzt ab. Jetzt haben wir hier unsere beiden Buttons. Unsere beiden, also unser Video und unser Image-Tags sind noch unsichtbar. Und um das ein bisschen zu verschönern, gehen wir jetzt in CSS und passen das dort alles an. So, natürlich müssen wir jetzt das Ganze noch ein bisschen verschönern. Ich mache jetzt hier einfach eine Klasse auf, nehme ich unsere Buttons-Klasse und sage hier Display Grid. In unserem Fall möchte ich jetzt einfach hier nur zwei Columns definieren. Also ich sage Grid Template Columns, sage jeweils 1fr, 2fr, also dass wir zwei Spalten haben und definiere hier ein Gap zwischen dem Grid und definiere, dass das Ganze eine gewisse Weite hat. Nämlich in unserem Fall 300 Rem, äh 30 Rem, also 300 Pixel und einen Abstand nach unten von 2 Rem. In dem Moment haben wir das jetzt schon ein bisschen aufgeteilt und wir können jetzt hingehen und hier direkt unsere Buttons auch noch editieren. Und zwar das Erste, was wir machen ist, wir sorgen dafür, dass wir eine schöne Hintergrundfarbe kriegen mit Background Color. Außerdem möchte ich ein bisschen Abstand zum Rand kriegen, also dass wir ein bisschen Innenabstand haben. Hier ein Padding, außerdem natürlich die Schrift noch ein bisschen stylen mit einer Größe und einer Farbe. Wollen wir, wie in viel meiner Videos, so einen runden Border haben und dann sehen wir, wir haben hier schon mal wunderbar was erzeugt. Allerdings müssen wir natürlich noch unser Standard-Border, unsere Buttons entfernen und noch eine kleine Animation bei einer Mouse-Over hinzufügen. Das machen wir über Transition 200 Millisekunden All und einen Hover-Effekt mit Scale 1.05. Wenn ich das so abspeiche und mit der Maus jetzt hier rübergehe, haben wir so eine kleine Animation, wenn wir hier drüber gehen, dass wir das sehen. Aber mehr müssen unsere Buttons gar nicht können. Das Nächste, was wir machen wollen, ist hier drin unser Video- und Image-Tag zu stylen. Das können wir einfach so öffnen und das quasi gleichzeitig stylen. In dem Moment, das Erste, was wir machen, ist, wie auch oben, das Ganze mal auf 300 Pixel und wir wollen auch hier so eine rote Hintergrundfarbe. Das mache ich mal kurz. Jetzt haben wir hier schon mal was hinzugefügt. Außerdem wollen wir auch hier quasi abgerundete Ecken und ich möchte, dass die Border quasi ein bisschen hinzugefügt wird. In dem Moment, wenn ich das mache, dass das quasi später auch umrandet ist quasi. Das Nächste, was wir machen wollen, ist ein Aspect Ratio hinzufügen. Das ist jetzt abgepasst auf meine Webcam. Das könntet ihr auch dynamisch anpassen oder mit einer weiteren API, was wir in diesem Video jetzt nicht machen, auslesen und das Kamerabild quasi immer exakt auf die Größe der Kamera anpassen. Das andere, was wir noch machen wollen, ist unserem Image am Ende noch ein Margin nach oben zu geben, also dass hier so ein Abstand entsteht. Und damit haben wir auch schon den gesamten CSS-Part dieses Videos fertig. Eigentlich ist es relativ irrelevant für dieses Video, aber es sieht ein bisschen netter aus und es waren nur zwei Minuten, die dabei draufgegangen sind. Also legen wir es eigentlich los mit dem spannenden JavaScript-Part. So, dann fangen wir mal an mit dem eigentlich spannenden Part. Und das Erste, was wir hier machen, ist, ich erstelle mir ein paar Variablen, nämlich einmal die Video Preview. Ich greife auf das Dokument zu, also auf das ganze Ding hier, sage dann Query Selector mit der ID Video Preview. Das ist ja unser Video Objekt, dieses hier. Und das brauche ich jetzt ein paar Mal, nämlich brauche ich das einmal noch für unseren Screenshot. Das ist dieser Bereich hier unten und natürlich für unsere beiden Buttons hier oben. Jeweils greife ich da über die ID auf das HTML-Element zu, sodass wir das in JavaScript editieren können. Das nächste, was wir machen wollen, ist dafür zu sorgen, dass unsere beiden Buttons hier nicht klickbar sind. Das machen wir über eine Funktion Disable Buttons. Diese Funktion existiert natürlich noch nicht, deswegen sage ich jetzt hier Function Disable Buttons. Hier erwarte ich einen State und natürlich jetzt einmal unseren Button Download und sage hier einfach Disabled, also einfach das Attribut ansprechen und weise hier den State zu. Das Ganze kann ich mir jetzt einmal kopieren und sage, wir wollen das Ganze duplizieren für unseren Screenshot. In dem Moment, wenn ich das mache, haben unsere beiden Buttons jetzt ein Attribut bekommen, nämlich Disabled. Wir wollen das Ganze jetzt optisch natürlich noch ein bisschen anpassen, deswegen gehe ich hier in unser Style und sage, okay, wir haben jetzt hier einen neuen Zustand, nämlich Disabled. Und hier sage ich Opacity 0.3 und ich definiere hier einen Cursor und hier Not Allowed. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere und mit der Maus hier rübergehe, kriegen wir einmal, das ist nicht erlaubt. Und unsere beiden Buttons sind quasi jetzt transparent. Was uns jetzt noch fehlt, ist hier auch noch unseren Hover-State zu editieren, nämlich, dass da nichts passiert. In dem Moment, wenn das Disabled ist, passiert jetzt nichts, ich kann ihn nicht mehr anklicken. Alles wunderbar. Wir können jetzt also weitermachen, erstmal abzufragen, wie genau wir unseren Media-Feed eigentlich bekommen. Das Ganze ist ziemlich einfach und zwar sagen wir hier oben einfach, wir haben unseren Navigator. Unser Navigator hat ein Attribut, nämlich Media-Devices und hier können wir jetzt getUser-Media abfragen. Diese Funktion gibt uns ein Promise zurück, aber sie braucht auch erstmal die Definierung, was wir eigentlich abfragen wollen und wir wollen Video abfragen. In dem Moment kann ich jetzt auf den Promise über Zen zugreifen und sage Async, Klammer auf und greife hier auf unseren Video-Stream zu. Unser Video-Stream kann ich hier unten einfach mal ausgeben, Consolog, Video-Stream. Und in dem Moment, wenn ich das abspeichere und ich hier aktualisiere, bei mir ist hier die Freigabe schon erteilt, aber wenn ich jetzt hier beispielsweise die Kamera nicht freigegeben hätte, würde hier oben so ein Pop-Up bei euch aufgehen, wo ihr quasi zustimmen müsst, dass die Kamera quasi freigegeben werden muss. Wenn das nicht der Fall ist oder dieses Pop-Up quasi zu früh erscheint, dann werden die Risiken aufgerufen, die wir zu Beginn des Videos besprochen haben. Also ihr solltet, bevor ihr diese Funktion aufruft, bevor ihr quasi Navigator Media Devices Get User Media aufruft, solltet ihr den Kontext schaffen, warum ihr die Kamera braucht und warum der Nutzer bereit sein sollte, euch die Kamera zu geben. Prinzipiell jetzt den Video-Preview-Feed hier zu erzeugen ist unfassbar einfach. Wir nehmen hier einfach unser Video-Objekt und sagen Video-Preview-Punkt und sagen hier einfach nur, wir haben ein Source-Object gleich Video-Stream. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere, haben wir hier auch schon unseren Webcam-Feed. Und wenn ich hier die bewege, sehen wir, wunderbar, es bewegt sich. Wir haben unseren Webcam-Feed erfolgreich eingebaut. Das bedeutet, wir können jetzt unsere Disable-Button-Funktion aufrufen und unsere Buttons wieder enabeln. In dem Moment haben wir hier unsere beiden Buttons. Natürlich müssen wir jetzt mit den Buttons auch etwas anstellen und zwar sagen wir als erstes, wir wollen meinen Screenshot aufnehmen. Hierzu sage ich Button-Screenshot und hier einfach Event-Listener. Wir wollen eine Klick-Funktion nutzen und diese Klick-Funktion startet eine asynchrone Funktion, nämlich Take Screenshot. Und hier übergeben wir unseren Video-Screen. In dem Moment, wenn ich jetzt hier runtergehe, sage ich, wir haben eine asynch-Funktion und zwar Take Screenshot, die halt wieder unseren Video-Stream erwartet. Und hier kann ich jetzt sagen, okay, was macht einen Screenshot aus? Als erstes müssen wir in irgendeiner Form ein Blob-Value erzeugen. Also wir brauchen quasi das Bild als Blob und in dem Moment brauchen wir eine weitere Funktion, nämlich asynch-Funktion. Und hier sagen wir jetzt einfach Get Image Blob. Und hier übergeben wir ebenfalls unseren Video-Stream und diese Funktion return uns etwas, nämlich return und hier Image Blob. Aber wie können wir jetzt diesen Image Blob erzeugen? Das ist natürlich eine gute Frage. Dazu erstelle ich mir hier eine Variable und die erwartet etwas von uns. Aber das Erste, was wir hier eigentlich brauchen, ist eine andere Variable und zwar die Variable Track, weil wir wollen erst mal den Video-Track bekommen. Und hierzu sage ich Video-Stream, Punkt. Und dann ist hier eine Funktion drauf, nämlich Get Video-Tracks. Und diese Funktion return uns ein Array von allen Video-Tracks. Wie ihr wissen, wir haben nur eine Webcam, deswegen den ersten Wert. Und jetzt können wir sagen, okay, wir haben jetzt hier unseren Image Blob, aber wie genau können wir jetzt aus unserem Track ein Blob generieren? Und das machen wir, indem wir eine Wait-Funktion aufrufen mit New und dann Image Capture. So, das ist nämlich quasi eine der Hauptfunktionen oder Hauptfeatures aus unserer API, nämlich hiermit können wir ein Bild capturen. Und zwar braucht diese Funktion den Track als Parameter und wir sagen hier dann Punkt, Take, Photo. Und diese Funktion hier return uns ein Image Blob, den wir hier erwarten und dann wieder zurückgeben. Was heißt, mit diesem Image Blob können wir das Ganze abspeichern und bei unserem Take Screenshot jetzt hingehen und sagen, okay, wir haben ja unser Screenshot, also unser Bildobjekt, was hier unten ja ist. Und hier wollen wir jetzt einfach nur die Source verändern und zwar sagen wir URL Punkt und dann Create Object URL aus unserem Get Image Blob. Die Funktion erwartet natürlich unseren Video-Stream und wir müssen hier auf die Funktion warten, also Wait. Das speichern wir ab, drücken auf Screenshot und in dem Moment haben wir einen Screenshot erstellt. Wenn ich jetzt hier oben die Kamera ein bisschen bewege und einen neuen Screenshot aufnehme, wird das immer wieder ersetzt und ihr habt quasi eine ganze Reihe von Video Blobs, äh Image Blobs. Natürlich könnt ihr hiermit auch so etwas machen, wie zum Beispiel ein File Upload direkt auf den Server, falls ihr so etwas machen möchtet. In unserem Fall habe ich jetzt einfach nur das Bild als quasi Image hinterlegt. Natürlich haben wir noch einen zweiten Button, nämlich hier oben Button Download. Hierfür kopiere ich mir einmal diese Zeile, drücke hier drauf und sage, okay, wir wollen natürlich jetzt, wenn wir auf unseren Button drücken, Button Download, soll etwas auslösen, nicht Tag Screenshot, sondern in unserem Fall wollen wir dann starten Start Download. Deswegen brauchen wir auch eine Funktion, ich kopiere mal einfach das mal kurz, zack und sage, diese Funktion heißt jetzt nicht Tag Screenshot, sondern Start Download, erwartet ebenfalls unser Video Screen. In dem Moment speichere ich das mal kurz ab, mehr müssen wir hier nämlich gar nicht machen. Was wir jetzt natürlich machen müssen, ist noch ein bisschen mehr zu hinterlegen. Und zwar brauchen wir ebenfalls wieder diese URL mit dem Blob Value, was heißt hier können wir wieder sagen, Const Image URL und sagen jetzt hier übergeben wir das. Das sollte ich ein bisschen anders benennen, nämlich Image URL. In dem Moment, wenn wir das getan haben, machen wir jetzt einen kleinen Trick. Um Dateien downloaden zu können, erstellen wir uns einen Link. Dieser Link wird ganz einfach im Dokument hinzugefügt, nämlich über Document und dann gibt es eine Funktion, die heißt Create Element. Damit können wir uns verschiedene HTML-Elemente erzeugen, in unserem Fall ein Link. Dieser Link kriegt jetzt von uns eine Zuweisung, nämlich einfach Link.href, also wohin unser Link eigentlich führt und der führt einfach zu unserem Image, das wir hier oben erstellt haben. Und das nächste, was wir machen können, ist hier Link.download und hier sage ich jetzt, okay, wir wollen unserem Bild jetzt natürlich einfach einen Namen mitgeben, was quasi aufgerufen wird, wie unser Bild heißen soll. In unserem Fall heißt es Screenshot und wir erstellen das Ganze als JPG. Hier hinter muss ich dann also einfach nur noch JPG einfügen und wir haben das Ganze als Template String erstellt. Was heißt, wir können hier jetzt einfach sagen, okay, wir haben New Date und wir wollen nicht einfach irgend so ein random New Date, sondern wir wollen das quasi to local Timestring, also Stunden, Minuten, Sekunden, sodass man ein bisschen verschiedene Bilder erzeugt, wenn man da mehrfach drauf drückt. Unser Bild muss jetzt natürlich noch irgendwo hinzugefügt werden, beziehungsweise unser Link. Das machen wir einfach über Document und dann Body.appendChild. Zack und hier können wir jetzt einfach sagen, unser Link würden wir gerne unserem Body hinzufügen und jetzt können wir nämlich im Anschluss einfach auf unser Link draufklicken, einfach mit Klick und in dem Moment wird quasi der Download gestartet. Und am Ende wollen wir natürlich hier das Ganze wieder entfernen. Das machen wir nicht über AppendChild, sondern über RemoveChild und entfernen unser Link. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere und ich hier auf Download drücke, öffnet sich. In dem Moment passiert nichts, aber ich sollte hier einfach Klick auch einfach richtig schreiben, dann sollte auch was passieren. In dem Moment drücke ich jetzt hier drauf und es öffnet sich wunderbar meinen Speicherort. Ich kann das irgendwo hin abspeichern, zum Beispiel auf meinem Desktop. Wir sehen hier, wir haben ein Screenshot und dann die Uhrzeit von jetzt gerade. Also ich nehme dieses Video um 13.44.39 Uhr auf und in dem Moment habt ihr quasi die Möglichkeit, das Bild von eurer Webcam runterzuladen. Das sind auch schon die Basisfeatures, wie ihr eine Webcam nutzen könnt. Natürlich gibt es hier noch viel, viel mehr Verwendungszwecke. Wenn ihr mehr sehen wollt zu Web APIs, schreibt das mal in die Videokommentare. Gerne mache ich zu weiteren APIs auch spannende kleine Videos. So, das war's wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr verschiedene Social Media Links, wo ihr mich erreichen könnt, aber auch verschiedene Partnerseiten, wo ihr diesen Share supporten könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dann!